Pimmel, dass ich die Folge Hashtag Pimmel nenne. Alter, nein. Alter. Hauptsache, dass dieses Hashtag Pimmel, dieses Folge, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber dass da Pimmel drin stand, das war schon voll das Clickbait. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viele drauf eingehen, nur weil da Pimmel im Namen steht, dass ich da echt neue Aufrufe kriege. Das ist schon komisch. Da merkt man schon, dass halt viele junge Menschen noch das Spiel spielen. Und auch die Videos angucken. Weil ich sag mal, wenn da irgendwo Pimmel im Namen steht, ich würde ja nicht unbedingt draufklicken wollen, so wäre mir doch egal. Das wird es aber haben. Das fand ich aber echt bemerkenswert, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Guck mal, wie der Box, wenn du die Karten ahnt hast. Voll komisch. Der schlägt die Karte so nach vorne. Ja. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Sind wir hier nicht in der Nähe irgendwo gestorben? Da ist Lehm. Cool. Nee. Schade, dass man sich keine Markierung auf der Karte setzen kann für interessante Orte oder sowas. Ja, das wäre geil. Das wäre richtig cool, wenn man sich da wie so einen Marker setzen könnte. Nimmst du einmal einen Textmarker, machst dir ein Kreuz auf der Karte. Textmarker craftest du aus einem Stick und Tinte vom Tintenfisch. Jetzt gucken wir die ganze Zeit auf die Karte und wollen die aufdecken und sehen, übersehen dann voll viele NPC-Dürfe und sowas. Ja, und hinterher in den Kommentaren liest du dann, oh je Idioten, lauft fünf Folgen lang da rum und habt schon in der ersten Folge einen NPC-Dorf übersehen. Genau das wäre es nämlich. Oh Mann, ey. Oh, hier ist voll viel Leben. Jo, boah krass, das ist echt viel. Heftiger Fall. Ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass ich meistens NPC-Dürfe in der Nähe von Sand und Wasser gefunden habe. Also Wüste und Wasser. Echt? Das waren so meine Erfahrungen. Ich habe jetzt noch nie einen NPC-Dorf gefunden, was wirklich nur im Waldgebiet oder ich sage mal Grünlandgebiet ist. Bei mir waren die immer im Sand. Boah, ich schon. Können eigentlich überall hin. Jetzt haben wir hier Wasser vor uns oder was? Ah, scheiß Busch. Jo, da kommt volles Wasser mehr. Soll ich dir ein Boot geben? Können wir darüber fahren, um den Teil der Karte auch aufzudecken. Ich glaube, hier in den Bergen werden wir kein Dorf finden. Das ist ja unwahrscheinlich. So, bitteschön. Was ist das so scheiße mit dem Boot? Ja, das haben die echt komisch gemacht. Das war vorher einfacher mit dem Boot, ne? Ja, und du musst immer wieder auf die Karte dann auch gucken. Ja, das ist echt komisch jetzt. Bei vorher war das Schöne. Das gefällt mir jetzt nicht mehr ganz so. Du riefst ja mal so hin und her, ey. Ja, ich habe es jetzt am Ende noch versucht, gar nicht zu lenken, dass ich nur geradeaus fahre. Ich glaube, wir brauchen gar nicht auf die Insel hier, oder? Doch, ein Stück. Ja, mir fehlt ein Stück von der Karte. Wir müssen drauf. Nicht viel, aber ein bisschen. Wie kriege ich... Wie komme ich hier runter? Äh, RS reindrücken. Wie kriege ich das abgebaut? Äh, gar nicht. Das geht kaputt, wenn du es abbaust. Und lass dich das hier stehen. Jep. Würde ich auch sagen. Das ist die beste Möglichkeit. Kann man mit gleich weiterfahren. Hier ist auch eine Menge leer. Und da hinten sieht irgendwas echt interessant aus. Da will ich jetzt einmal gucken. Einmal looki-looki machen. Einmal über diesen Berg hier gucken. Weil siehst du das da hinten? Guck mal, guck dir das mal an. Da ist drei, vier Sandsteinblöcke übereinander. Und da drüber ist Sand. Das geht einfach wie so ein Turm in die Höhe. Etwas. Oh mein Gott, was ist das? Ist das so ein Unterwassertempel hier? Komm mal bitte hier hin. Weiß nicht, wo du bist. Ja genau, du kommst auf mich zu jetzt. Guck mal da hinten ins Wasser. Das sieht aus wie der Unterwassertempel. Alter, das ist krass. Musst du hier hochkommen auf den Berg. Alter, ist das krass. Das sieht wirklich so aus. Auf der letzten Map habe ich den stundenlang gesucht. Mit Meville. Stundenlang sind wir mit den Booten da rumgefahren. Trank der Nachtsicht dabei gehabt. Und immer wieder geguckt unter Wasser. Und da hinten unter Wasser, siehst du das? Diese verschiedenen Bögen. Das sieht aus wie der Tempel. Ja, das ist der. Krass. Der ist also oben links auf unserer Karte. Heftig. Das ist der wirklich. Wie geil. Eine gute Idee. Das ist echt cool. Eigentlich habe ich nur dieser Turm da hinten mit Sand angelockt. Und dann habe ich halt diese Unterwasserstatue da gesehen. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Ich habe einen Pfeil gemacht. Jo. So. Jetzt können wir ja einmal in die andere Richtung gehen. Und danach erkundigen wir mal das Mittelstück der Karte, würde ich sagen. Wenn es nicht gleich schon wieder dunkel wird. Wir werden einfach nichts finden. Ne, ich glaube auf unserer Karte ist nichts. Höchstens wieder drumherum so. Als ob uns die NPCs immer verarschen wollen. Ja, Mann. Oh, jetzt kommt Schneegebiet. Jo. Krass. Eisbären und so. Greifen die an, wenn man denen zu nahe kommt? Ich weiß nicht mehr, ob man denen zu nahe kommen muss. Oder ob die dich einfach so manchmal angreifen. Also ich hatte schon mal einen Fight mit den Eisbären. Da kam gerade das Update, dass die Eisbären neu dabei sind. Und da hat er mich angegriffen. Die halten schon ein bisschen was aus, aber mit einem vernünftigen Schwert kriegst du die schnell platt, das geht. Also du brauchst jetzt nicht unbedingt so Panik vor dem haben. Haust du ein paar Mal drauf, sind die auch weg. Nur wenn da zwei sind, da würde ich halt erst mal vorsichtig sein. Ich halte schon hier Ausschau. Mann, nach so einem kleinen Dörfchen, aber ich finde noch nichts. Schnee habe ich aber auch noch nie eins gefunden. Nein. Ne. Aua. Das war ein bisschen tiefer, als ich gedacht habe. Weiter, da hinten bist du. Ja. Wir sehen immer so einige Sachen echt interessant aus, aber ist halt nicht das, was wir suchen. Ist nichts. Genau. Es ist einfach nichts. Sonst haben wir immer so schnell eins gefunden. Ja, man. Stellenweise hast du auf einer Karte drei Stück gehabt. Das war so heftig. Und jetzt suchen wir einfach schon Ewigkeiten. Und finden noch nicht mal auf einer Karte eins. Aber wir können besser gucken, wenn wir die Karte eben... Ja, wenn die aufgedeckt ist, dann siehst du die Dörfer auch. Ja. Zumindest etwas. Oh, lass mal eben... Lass mal eben... Pennen. Pennen. Ja, ich baue hier kurz. Komm hier hin. So. So. Dann können wir uns ja eben schlafen legen. Wo ist mein Bettchen? Du kannst nur nachts schlafen. Ah, ist noch nicht dunkel genug, oder was? Pläst mal eben noch ein, zwei Fackeln hier draußen. Safety first. Jetzt aber. Gut. Jetzt habe ich deins auch aufgesammelt. Echt? Ja. Immer. So. Bitteschön. Bitteschön. Warte jetzt. So. Jump, jump. Oh Gott. Ist dir das aufgefallen, dass ich zwischendurch ab und zu mal Bäume anzünde? Nee. Also einige Wälder müssen hinter uns schon brennen. Weiß ich nicht, weil ich irgendwie... Weil ich das Feuerzeug in der Hand habe. Das ist keine gute Kombination, wenn du mir ein Feuerzeug gibst. Gehst du auch mal im Wald und zunstest irgendwelche Wälder an? Ja. Ich bin der verantwortliche Feuerteufel unserer Region. Nein, natürlich nicht. Boah, hier müsste doch jetzt mal ein sein, ey. Hier ist aber... Hier ist eine riesenleere Fläche. Hier müsste was sein. Das ist der Wahnsinn. Wir finden keins mehr. So, die nächsten 20 Folgen werden jetzt... Suchen nach MPC-Dorf. Ist MPC-Dorf gesucht. Ja. Dann haben wir eins. Das ist so unfassbar weit weg dann. Ja. Dass wir es mit den ganzen Items nicht mehr lebendig zurückschaffen. Ich habe ja nun mal als Items. Ja, dann haben wir aber auf jeden Fall ein paar Items. Ich bin in ein Loch gefallen. Nein. Alles gut bei dir? Ja. Bist nicht draufgegangen? Nein, da ist Wasser. Oh Gott. Soll ich mal ein bisschen warten auf dich eben? Ja, jetzt komme ich. Jetzt kommst du. Das ist ja mal wieder echt überkrass. Hier. Das will ich hier nichts finden. Kühe, Schafe, alles an Mast zu finden. Nur ein blödes Dorf finden wir nicht. Mann, das kann doch nicht sein, ey. Wir sind gleich schon wieder am Ende der Karte. Ja. Sollten können wir nur ein Stück. Hoffentlich stirbt zuletzt. Ja, ein Stück Berglandschaft. Aber vielleicht sehen wir von da oben, was das interessant ist. Oh, was ist das denn da? Das ist Enderman. Guck mal in der Höhle. Yo, und ein Creeper. Zwei Enderman. Geh da nicht rein, ey. Da sind zwei Enderman und ein Creeper. Alter. Zwei Stück nebeneinander, wie heftig. Vor allem, wenn du einen angreifst, dann greifen dich beide an. Das ist schlimm genug, ey. Ich bleibe einmal oben auf dem Berg. Vielleicht sieht man ja von da irgendwas. Ja, toll. Ich sehe nichts. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja. Leider Gottes ist das so. Ich glaube, auf unserer Karte werden wir keins finden. Ist nur ein Stückchen. Sag das mal nicht. Ah, ich sag das trotzdem. Ich glaube nicht dran. Staycide Schaufel. Ich laufe gerade schon aus unserer Karte heraus. Ich nicht. Ich schon. Geh mal auf den Hügel hier. Vielleicht sehe ich ja was. Hier ist ein Riesen-Sand-Map auf jeden Fall. Aua. Ja, das sehe ich aber nicht. Fast in so ein Loch gefallen, ey. Oh Gott sei Dank nicht ganz so tief. Oh Gott, oh Gott. Riesen-Sand-Karte. Ist das hier schon wieder? Ah, Kaktus. Also noch sehe ich hier nichts. Alter ey, was sind das für Flächen? Und hier ist einfach nichts. Heftig, ne? Aber wirklich nicht. Hier sind riesengroße Flächen. Und man findet nicht ein Dorf. Hallo, siehst mich. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier oben auf den Hügel. Ich sehe dich noch gar nicht. Hier hinten. Hier hinten. Andere Seite. Hier. Ich springe. Ich sehe dich ohne Scheiß nicht. Ich bin schon wieder blind. Alter, hier hinten. Wenn du in die Richtung gehst, wo du her musst. Hier. Da ist ein Baum. Ach, da bist du. Da oben. Ich musste erst mal wieder in die Karte kommen, damit ich sehen kann, wo du bist. Damit ich zumindest gucken kann, in welche Richtung ich schaue. Oh Gott, hier ist ja voll das Loch. Alter, ist das tief. Hier ist aber noch hier oben drauf. Alter, hier ist nichts, Mann. Das ist scheiße. Krass. Kein einziges Dorf. Einstürzen. Ich bringe ihn mal gern sonst zum Einstürzen, wenn ich dann sehe, dass er irgendwo schwebt. Das sieht jetzt aber so doof, halt schmeißt du auf einmal so die Karte weg. Oha. Wenn sie voll aufgedeckt ist. Ich schmeiße die Karte aus, was passiert, weg. Das wäre bitter. Jetzt müssen wir auch einen Berg. Ja, ich bin hinter dir. So, ich versuche es. Oh Gott. Ich bin nicht hoch, Mann. Ich muss doch irgendwie jetzt da hochkommen. Meine Güte. Ich bin jetzt oben. Ich fall immer weiter runter. Ich bin echt zu inkompetent. Jetzt bin ich auch oben. Oh, da könnten wir später hingehen eigentlich. Guck mal, ob da hinten was ist noch. Oh Mann, guck mal. Da hat hier echt schon wieder einen krassen Überblick. Da, wo ich gerade hingucke, da könnten wir vielleicht mal rüber gehen, da hinten. In dem Bereich der Karte einfach mal rüber gehen. Sollen wir schon mal eine leere Karte in die Hand nehmen? Nee, nee, noch nicht. Ich will erstmal hier den Rest in der Mitte noch aufdecken. Okay. Ich will die paar Pixel da hinten noch verschwinden lassen. Willst du in der Mitte auch noch alles aufdecken? Ja. Ich will aber nach außen gehen und weiter gucken. Ich kann schon einmal dabei sein. So, jetzt müssen wir nach da. Oder? Ja. Ja, scheinbar müssen wir das. Jetzt kommen diese ganzen scheiß Berge. Oh ja. Leute, guck mal, wie quadratisch da oben der Berg abgebaut ist. Äh? Hier oben links. Von uns. Achso. Das sieht irgendwie geil aus. Ach du scheiße, guck mal hier bei mir. Alter. Ey, unten waren wir glaube ich schon, ne? Ja. Oder? Guck mal da unten. Ja, ich sehe es, aber... Äh, nee, 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 da war... Okay, das war. Ich will da gar nicht runter. Ich muss nur aufpassen, dass ich noch mehr Löcher hier bin. Ich muss schon wieder was essen. Ich schraub mir auch schon mal ein Steak rein. Zweites noch nicht. Da ist irgendwas Rotes auf der Karte bei mir. Das Lava. Okay. Ich dachte gerade schon, hey, warum ist da was? Rot ist auf meiner Karte. Ja. Okay. Warte mal kurz, Jerry. Ja. So. Ist immer wieder am Start hier. Ich habe gerade Besuch von meinem Opa bekommen. Jetzt müssen wir... Ich habe einfach mal in die Aufnahme reingeplatzt. Ich sehe da hinten schon deine Burg und alles wieder. Ach du Scheiße, geht das hier steil runter. Leck mich am Arsch, ey. Dunkel. Oh nein. Schnell eine Base bauen. Ich baue gerade eine. Okay. Lass mich mal. Ich habe eine effizientere Aktion. Spitzhacke. Das ist fettig, Alter. So. Ich kann doch nicht schlafen. Jetzt kann ich schlafen. Ich muss noch was trinken, ey. Leg dich hin. Arme nach Kolben. Hehehe. Hehehe. Den Teil habe ich jetzt fast vollständig. Woow. Melde sich der Köter hier. Ich weiß ja nicht, wie viel du aufgedeckt hast von der Karte, aber... Ich müsste jetzt nur noch oben rum. Ein paar Streifchen. Ich laufe die Strecke jetzt hier noch eben. Ich nur brauche... Ja, den Teil habe ich. Ich hoffe, wir judicial sind schließlich... Ich versuche es dir ganz leicht. ig. ein paar Schreiber. Ich versuche es dir. oder für diese activities. Ich fuche dich mash.